Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Runde von Worms Clan Wars, wir spielen wieder eine Höhle aus eben genannten Gründen, Peter fängt an mit, Bram ist noch da und Jay, und mal gucken, ob Peter jetzt wieder für den Quatsch macht, Peter verpisst sich, alles klar, Peter, so und jetzt nach rechts wegfliegen, Peter, ist der erste, der sterben muss, Peter, wenn du oben ankommst, ja, dann, okay, alles klar, oh Gott, das ist ja eine Mine, oh, Alter, so, ich hab noch damage davon, gekriegt, so verdient, das ist echt, dann können wir direkt mal Granaten, Peter, es stehen drei verschiedenen farbige Würmer nebeneinander und alle schmeißen nach oben links, das ist ja mega witzig, nicht, ja, du hast angefangen, Peter, du hast den ersten Stein geworfen, ja, das stimmt, aber Peter ist da so schwer zu treffen, weil dahinter, ähm, deswegen hab ich die Mine auch gemacht, wie ist das Ding mit einer Granate erstmal weg, äh, mit einer Bazooka, Ich hab mich dagegen entschieden, Das kam jetzt überraschend, Der Peter hat Schaden, wieso, Peter hat voll Schaden gekriegt? Hast mir so wahrscheinlich mehr Schaden gemacht, als du sonst gemacht hättest, Ja, wahrscheinlich hätt ich dann, sonst hätt ich keinen Schaden gemacht, Oh, willst du jetzt echt die Mine nach... Bist doch aufs Fass, Alter! Die, die Mine nach... Oh, ja, okay, verstehe. Loll! What?! Oder, oder so... Nur auf Bram... What?! Schon wieder getan... Ja, 18 Schaden... Dafür kann man was machen, Prano... So, Peter... Bram ist der Einzige, der sein Wort hält... Oh, er ist die Kiste... Loll... Ja, sagst du... Okay, komm... Uh... Hat sich so wenigstens gelohnt... Gut, so hoch... Ich wollte das Ding mit treffen... So... I don't like that... Hi Guy Nudels... Hallo... Ah, ne, Bücher gar nicht... Hallo... Oh, hier, mal stehen da... Alles gut... Das ist ein Bullshit... Oh, oh... Alles sehr gut... Ja... Nur auf mich am gegen, ey... Hier hilft Chipmall China... Alter, geht so nicht, Peter... I'm going to tell daddy... Oh, ne, lass mich in Frieden... Was mach ich denn jetzt mit dir? Gute Frage... In Frieden lassen? Du weißt, dass das keine Option ist... Äh... Frieden lassen? Ach, du fliegst nicht mal runter... Hätte ja auch so viel gestört... Bei dem Wurm... Ja, wenn der runtergefallen wäre... Wären er schon wieder... Weiß ich nicht... Hätte ich toller gefunden... Loll! Das wär... Das wär ganz schön... Das wär sonst ganz schön clever gewesen... Das stimmt allerdings... Scheiße... Aber ich mein, hey Jay... Jay... Jay am Start... Ja... Ich weiß... Spring! Yeah... Nochmal? Nee, nicht nochmal... Einmal reicht... In Womps bin ich halt echt die Oberflasche... Oh nein... Oh nein... Jetzt kommt wieder der Flummi des Todes... Sehr gut... Flull! Nein! Ja... Nein... Nein... Geil... Geil... Das ist so klar... Das ist ein Wurf... Scheiße... Der Flummi ist echt mega geil... Oh... Ja... Ich schmeiß jetzt nur noch den Flummi quer durch die Gegend und gucken, was wir treffen... Oh, da hat jemand das Fassen an sich... Hier... Peter, tu das nicht... Nein... Das könnte heftig wehtun... Peter, Peter, nein... Peter, Peter, nein... Arschloch... Alter, nur auf mich wieder... Ich hab doch keinen Bock mehr drauf... Der kommt noch ein bisschen tanzen... Ja, komm... Ja, komm... Und wieder zurück in die Ecke und tot... Bullshit einfach nur... Einfach nur Bullshit... Wow... Wow... Ey, guck mal hier... Der kann auch tanzen? Ne, der kann nicht tanzen... Doch... Ich glaub schon... Ich glaub, der kann tanzen... Ne, ne... Oh fuck... Tanz für mich... Kleine Frieda... Was, Alter? Was, Alter? So sieht halt aus, Jungs... Ein kleines Löchlein gemacht... Alter, was ist mit Christian eigentlich los, ey? Was denn? Ich hab doch gar nichts... Ich hab doch gar nichts gemacht... Das stimmt nicht, der eine Wurm hat nur 176 Leben... Schade, dass die nicht direkt ausgelöst haben... Mh... Ja... Ey, der hat grad... Hat der keinen Schirm gekriegt? Vielleicht... Ich hab' dich verletzt... Ich hab' dich... Lass mich sein... Mach' einen Bewegung... Nicht im Ernst... Nicht im Ernst... Oh... Scheiße... Ich hab' voll daneben gezielt... Ah ja... Alles klar... Bram... Du musst jetzt eine Sache machen... Die ist ganz wichtig... Dass du da oben reingehst... Weil Jay gerade freigeschossen hat... Ja, wa? Was soll das denn? Ach, Mann... Das finde ich gerade ganz schön unsexy... Jetzt schmeißt der wieder den Flummi... Nein... Oh oh... Boing... Nein... Nein... Boing... Ja, guck dir mal an, aus welcher Richtung... Nein... Aus welcher Entfernung mein Wurm vergiftet worden ist... Die grüne Wolke war niemals... Hat die den berührt... Alter, ist das halt eine Massenvernichtung, ey... Boah... Wie damals... Das ist halt echt... Oh... Wow... Das war gar nicht so schlecht... Er hat sich geschützt... Boah... Weißt du... Die Slugfire hat doch schon 3-4 da oben... Äh... 2... Das ist halt die Fötushaltung da oben... So... Er sucht... Ja, das stimmt... Der Wurm... Der Wurm da oben hatte nur noch 12 Leben... Krass... Das war richtig clever... Geh, du mal weg da... Das ist ein ganz schöner... Kleiner Splasher... Äh... Und der kanns halt noch schießen... Alter, Vater... Komm, geh wieder auf mich... Chabo-Man, ey... Chabo-Man... Du hast 12 Würmer von mir vergast... Sack das, Alter... Zwei vergiftete Wichswürmer, ne... Das ist jetzt Double Sudden Death... Ja, den musst du safen... Ist das gerade so wie ne... Ne Kiste? Ne... Oh, das ist ne Waffenkiste... Ey, ich mein... Wenn du ne Heilkiste nimmst, dann... So... NEIN! Ja, er kann das irgendwie nicht so gut... Nein, 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 nein... Kacke, Mann... Das war schön... Was soll das denn? Ja, ich hab den Schmerzen... Ja, ich hab den Schmerzen... So... Na, schon wieder... Und warum ist der Gas mal diese Runde, ey... Äh... Boah, geil... Das wird tatsächlich... Was wird das denn jetzt? Das weiß ich auch noch nicht... Du wirst dich selber vergiften... Hahahaha... Boah, jetzt haut er aber richtig Schmerzen da raus... Fuck hat er da noch hingekriegt... Und? Ne, doch nicht... Das gibt's nicht... Ne, 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 ne... Weck den Shit! Ja, auf den anderen... Das ist gut... Ja, der ist weg... Bring auf den Schuh... Schieß auf das blaue Ding, Peter... Au, au... Nein! Nein! Ja... Das ist gut... Chris hat noch so ultra viel Leben... Leck mich doch am Sack... Au, Jolly good... Komm Chris, sag mal nett... Schmeiß mal da links in die Nachteil... Ja, ja, das hör dich vor... Ja, das ist da wo die beiden... Mach mal die Wundern, sag mal die Wundern, sag mal die Wundern, sag... Mach mal die Wundern, sag... Was soll ich denn damit? Ja, geil... Guck, wo, ob er rumkommt... Ohje... Komm! Nein! Boah... Das gibt's nicht! Wie ärgerlich... Der kleine Böbel da hat ihn gerettet. Das war crazy. Ja. Hallo. Hi. Geil, was du da hinsetzt, du wirst dich betöten. Nein. Ecke spült die Kacke da. Schon geil. Das ist aber eh nur noch ein Spiel auf Zeit. Dann bin ich eh tot. Oh nein, scheiße. Oh, die ist besser. Oh mein Gott. Ist das nicht schon dreimal getroffen worden? Voll geil. Blub, blub. Wann ist das denn? Ach, zwei Minuten noch, Kraus. Nicht euer Ernst, oder? Geil, Alter. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Du könntest einen Wasser-Jetpack benutzen. Nimm den Wurmwechsel und spring damit. Ja, geht doch. Ja, okay, so geht's auch. Ja, jetzt hast du die 14 zwar unter Wasser gemacht. Das ist auch immerhin, ne? Ja, genau, immerhin. Oh, scheiße, ich muss was machen. Oh, jawoll. Panik! Äh... Boah. Boah! Boah! Scheiße! Alter Schwede. Fast. Oh nein, gleich explodiert der. Oh, stimmt. Oh, die 36 mit. Da kannst du mal fest von ausgehen. Nimm dir den mit. Okay. Bin eins, da muss ich auch gar nicht kümmern. Das stimmt auch, wenn das Wasser unterfließt. Ja. Weißt du, ich stehe auf der Abschlussliste. Ich mag das schon. Das Spiel hat eh schon gekriegt, so gut wie gewonnen. Da kann man gar nichts mehr viel krass gegen machen. Hätten noch so krass viele Würmer. Ja, genau. Sechs Schaden. Oh. 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 Oh, die Eins ist weg. Ja, die ist definitiv. Zack. Chris hat immer noch vier Würmer. Ich find's so krass. LOL. Aber der eine... LOL. Was? Sexuell. Kein Schaden. Oh nein. Oh. Oh. Scheiße. Auf Wiedersehen. Schöne Wurmfeld. Wuuuui. So. Nicht der Erste, der tot ist. Tschaka. 131 Damage. Sehr gut. Schön geil. Peter ist weg. Mit einem Dynamit. Okay. Das Wichtigste ist passiert nicht letzter. Also. Christian hat noch vier Würmer, ja? Aber dafür sind... Davon sind halt drei schon ziemlich low. Alter, ich hab noch... Zwei Würmer. Hä, was? Der eine ist vergiftet mit einem Leben. Der ist auch tot. Der reicht ja. Der kann ja trotzdem noch schaden. Der andere ist auch vergiftet. Ja, aber weniger Würmer zu haben ist in manchen Fällen besser als... Zum Beispiel mit dem Einer. Wenn ich mit dem Einer jetzt unten dran gewesen wäre, hätte ich mit dem nichts tun können. Aber so kann ich zumindest versuchen. Der unter Wasser, der Einer? Ne. Ne. Glaub nicht, oder? Voll. Alter, jetzt komm doch mal da raus, ey. Boah. Ich finde das gut. Na, 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 na. Kriegst mich nicht da raus. My friend. Hui. Ein höher. Ja. Sooo. Guck mal jetzt. Oh, scheiße war das schlecht. War das schlecht. War das schlecht. Ich glaub Jabil nicht mitspielen. Ja, ich glaub auch. Ich will nicht gewinnen. Ne, das Hauptziel ist ja schon geschafft. Nicht letzter werden. Nö, nicht letzter werden. Nö, nicht letzter werden. Nö, nicht letzter werden. Nicht letzter werden. Ah, war ein lupenreiner Treffer. Ne Tat. Okay. Ich glaube... Bitte lass die Eins dran sein. Obwohl das könnte mich trotzdem noch töten. Das ist höchstwahrscheinlich töten. Scheiße, nein. Er kann nichts anderes machen. Okay. Wenn er sich jetzt um Bram kümmert, wäre das der easyste Sieg für ihn. Das dürfte aber schwierig werden. Das ist natürlich schon. Komm schon. Ja, nochmal dick Schaden. Und Spasti. Das ist schon klug. Und Spasti, Alter. Nein! Alter Vater, ey. Leck dich doch am Sack. Was ist ein Spiel. Was ist mit Chey los, Alter? Könnte ihn zum Sieg führen. Nein. Du musst einfach nur... Einer muss nur eine Basuka da reinpfeffern. Dann bin ich halt tot. Nö. Jetzt muss ich... Wenn den Bram sich jetzt noch nach links verpisst, muss... Die Basuka muss viel zu genau... Die Basuka muss viel zu genau treffen, um es zu machen. Ja. Ja, jetzt. Um daran Schaden zu machen. Kannst du dich nicht verpissen, Chris? Äh, äh, äh... Daniel kann sich nicht verpissen. Was machst du? Geh doch nach links! Mach mal einfach nochmal. Was macht der? Wow. Ist gerade auch so gar nicht. Baseball? Nee. Nicht die... Noll. Na, das ist okay. Ich will mich ja nach links verpisst. Ja, aber ich will mich nicht verpissen, wie so ein feuer Hund. Weißt du, wenn... Christian jetzt mit dem Basuka man auf dich drauf schießt, mit dabei bist du auch tot. Weil der Explosionsradio groß genug ist. Hast vollkommen recht. Das spielt halt keine Rolle. Deswegen... Ich müsste kämpfen. Aua. Nein! LOL! WHAT?! WHAT?! Hilfe! Was mach ich jetzt? Du hast noch zwei APJ, du bist gefickt! Tick, tick, tick! Ah, 20 Sekunden ist alle Zeit der Welt. Wie kann ich da drehen? Das war so klar. Ach, Tapp! Das hätte ich aber auch gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, du kannst dich nämlich nicht mehr bewegen, mein Freundchen. Du hast nämlich schon alles weg. Ja, und jetzt pack Christian sofort einfach mal irgendwas aus, weißt du? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Alter! Ich sehe so. Ja, Würmer aus Stahl. Ja, Würmer aus Stahl. Biss dich jetzt. Und wer konnte ich ja nicht. Bisschen länger? Also ärgerlich. Ich bin im Tank drauf. Ohohoho, nein! Das Lock mit Mandela. Oh shit. Nein. Ich gucke schon einen AP, äh. Ich weiß wie ich das mache. Ja, ich auch. Ich nicht. Grüßs glaube ich. Jetzt ist es verloren. Ja, ich hatte irgendwie gehofft, dass das noch irgendwie, keine Ahnung. Wobei, näher es nicht, du konntest dich zu weit nach rechts verziehen. Du musst ihm einen Schaden machen mit dem dicken Wurm. Glaub ich auch. Du hast ja schön gezielt die Fernleckerkette rein und easy. Ja, nur die müssen wir dann auch. Die müssen nur ansatzweise irgendwo dann in die Richtung treffen, die darfst du halt jetzt nicht so schießen, dass du oben kommst. Alter, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da auch nicht sicher. Ja, easy, GG. Ja, lol, Tatsache. Boah. Spannendes Spiel, Alter. Ach, Mann. Bin ich froh, dass Christian gewonnen hat. Ja, aber ist noch verdient. Zieh mal rein, ey. Bin ich froh, dass du verdientvierter wurdest. Mal wieder. Mal wieder. Ja, der, der sich verpisst hat, ist letzter geworden. Der, der sich danach verpisst hat, hat nicht gewonnen. Also, alles gut. Ne? Vielen Dank für dich. Du hast einfach Glück gehabt. Wurde es nicht beattackiert. Und das stimmt. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.